Die Joshi's Wolli-Wird-Show Roser Joshi Grüner Joshi Hellblauer Joshi Die Joshi's Wolli-Wird-Show Ja! Endlich ist der Lieferung da! Ja! Oh ja! Oh, ich liebe dich Kartons! Entschuldigung, Hellblauer Joshi! Oh! Hast du diesen Karton geliefert? Ähm, ja! Warum? Was ist da drin? Das ist nur für mich! Ähm, tschüss! Ja, und warum hast du das gekauft? Ich brauche den Karton! Jetzt verschwindet ihr! Okay! Meine neueste Erfindung! Ja! 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 Was ist da drin? Ja, hier ist gar nicht! Okay! Komm! Ja! 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 Hey! Wo ist denn hellblauer Joshi? Hm! Das weiß ich nicht! Hellblauer Joshi! Wo bist du? Hey, blauer Joshi! Wo bist du? Hallo! Oh ja, hier ist es dann ganz drin drin. Hallo. Hey, blauer Jochi. Hm, nicht ganz neu. Hm. Hm. Waaah. Oh, das bist du, hey, blauer Jochi. Hey, blauer Jochi. Ich gucke, ob der drin ist. Hey, blauer Jochi, warum versteckst du dich hier? Äh, nee, das ist mein Zimmer. Dein Zimmer? Vielleicht hat er gut für ihn bestellt. Hier ist auch mein Zimmer. Ah. Vielleicht hat er gut gemacht. Ey, wo ist dein Zimmer? Gar nichts. Okay, Leute. Wir müssen in Sicherheit bleiben. Wisst ihr jemand, wenn jemand nicht in Sicherheit ist? Vielleicht, wenn man nicht in Sicherheit ist, dann, dann, keine Ahnung. Ah, wir müssen in Sicherheit bleiben, hellblauer Jochi. Ja, ich weiß, wenn man nicht in Sicherheit ist, hat man ein Problem. Ja, fast genau richtig. Aber wenn hier was passiert ist, wir müssen wegrennen, dann sind wir in Sicherheit. Ja, und dass Sicherheit ist, ich weiß immer noch nicht. Mal hellblauer Jochi. Ach. Vielleicht musst du gut lernen, hellblauer Jochi. Oh, okay. Hat jemand so ein Thema, dass wir in Sicherheit bleiben? Wir müssen immer in Sicherheit bleiben, wenn jemand was passiert. Siehst du, du kannst jetzt lernen, hellblauer Jochi. Ist doch gar nicht so schwer. Ja, auch nicht so schwer. Okay. So. Ich gehe jetzt. Hellblauer Jochi. Ich glaube, dass der grüne Jochi in Sicherheit bleibt. Nein. Ja, ich denke auch. Ah. Und? Kommt der grüne Jochi? Ah, Leute. Hey, du bist wieder in Sicherheit. Ja, weil ich gut gelernt habe. Okay. Es war ein Problem. Da war so ein wildes Dings da. Und ich habe ihn nicht gesehen, da bin ich sofort wieder zurückgerannt. Wer kann mir helfen? Ich. Ich bin der. Super. Okay. Wir finden das wildes Tier. Oh, nein. Ah. Ich glaube, der ist in Sicherheit. Wieso kommt der nicht? Ich glaube, der ist nicht in Sicherheit. Warte mal. Darf ich? Ich rufe ihn an. Hallo, hellblauer Jochi. Bist du in Sicherheit? Was? Er hat Nein gesagt. Er ist nicht in Sicherheit. Was haben wir zu tun? Ah. Die muss. Wenn er nicht in Sicherheit ist, müssen wir ihn retten. Okay. Los. Komm mit, Pink Rosa. Blauer Jochi, wo bist du? Ja, wo bist du denn? Ich bin hier unten. Oh, oh. Können wir mir helfen? Ich sitze hier fest. Ich sitze hier fest und ich will sie schuhen. Keine Sorge, hellblauer Jochi. Da kommt er. Achtung. Das ist eine schwarze Katze und er will mich angreifen. Okay. Wir müssen die retten. Los. Los, ermarsch. Leute, danke, dass du mich gerettet hast. Meine Sorge ist, es tut mir leid. Nee, mir tut es leid, weil ich gegangen bin und ihn besiege. Also, mir tut es leid. Dann, also, wir bleiben einfach in Sicherheit. Dann solltet ihr auch in Sicherheit bleiben, wenn irgendwas passiert. Dann, dann soll ich es leid. Dann, wenn du irgendwie...